Nachdenkseiten Die kritische Website Berlinale Huldig Zelensky Roter Teppich für die NATO Ein Kommentar von Tobias Riegel Das einst für seinen widerständigen Ruf bekannte Filmfestival in Berlin ist endgültig angekommen. Zwischen die kriegsverlängernde Rhetorik der Bundesregierung und den Filmschaffenden passt anscheinend kein Blatt mehr. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky durfte bei der Eröffnung am Donnerstag seine emotionale Propaganda zelebrieren. Und die Filmbranche lag dem begabten Politikdarsteller verzaubert zu Füßen. Beim Musikfestival in Sanremo scheiterte eine solche Unterwerfung der Kultur unter NATO-Zwecke noch an Protesten. In Berlin geht das als neue militärische Normalität einfach durch. Bei der Eröffnungsgala des Filmfestivals Berlinale wurden gestern bezüglich der Ukraine viele Register des ablenkenden Pathos und der Kitsch-Propaganda gezogen. Der ukrainische Präsident wurde zugeschaltet und sogar das Maskottchen, der Berlinale Bär, ist in diesem Jahr in blau und gelb den ukrainischen Nationalfarben gehalten. Mehr Anpassung der Filmschaffenden an die extrem dominante NATO-Deutung zu den Wurzeln des Ukraine-Kriegs und an die kriegsverlängernde Politik der Bundesregierung ist kaum vorstellbar. Der Abend erinnerte schmerzhaft an die peinliche Anbiederung des Berlinale Festivals an Hillary Clinton vor einigen Jahren. Die deutsche Filmbranche und einige Politprominenz huldigten am Donnerstag mit Volodymyr Selinsky einen begabten Schauspieler. Der ukrainische Präsident zeigte dort einmal mehr, welche Macht er mittlerweile über die Emotionen vieler Menschen hat. Vor den PR-Strategen, die für den Aufbau der Marke Selinsky verantwortlich sind, kann man den Hut ziehen. Selinsky ist nun ein perfekter Verkäufer einer sehr fragwürdigen Sache. Wie hypnotisch sein aufwendig erzeugtes Image dafür sorgt, bei zahlreichen erwachsenen Menschen das Denken vorübergehend zu betäuben, das war beim Publikum der Eröffnungsgala zu beobachten, als es sich zu den Standing Ovations für den Politiker erhob. Selinsky wurde allein im Filmbereich in letzter Zeit unter anderem auch bei den Filmfestivals von Venedig und Cannes und bei der Verleihung der Golden Globes zugeschaltet. Bei diesen Videoschalten und zahllosen weiteren rund um die Welt werden oft die beim jeweiligen Publikum wirksamen Knöpfe gedrückt. Am Donnerstag in Berlin war das etwa Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin. Ich unterstelle Selinsky, ohne Belege zu haben, dass er noch nie von Wim Wenders gehört hatte, bevor er seine mutmaßlich von einem vielköpfigen PR-Team verfasste Rede auswendig gelernt hat. Wirkungsvoll ist dieses Vorgehen trotzdem. Und ganz im Gegensatz zum Handeln der deutschen Bundesregierung ist das Engagement von Selinsky immerhin in sich nachvollziehbar, zumindest aus der Warte der den US-Interessen verpflichteten Regierung in Kiew. Dass Filme, die mit russischer Unterstützung gemacht wurden, dieses Jahr nicht beim Festival vertreten sind, das wissen wir zu schätzen. Selinskys Berlinale-Auftritt findet sich innerhalb des Artikels eingefügt in einem Link ab ca. Minute 45. Wie bei der gesamten Gala dominiert auch in der Rede die Darstellung, als sei der Ukraine-Krieg der erste Krieg der Menschheitsgeschichte. Zusätzlich entsteht das Bild, als habe dieser Krieg nicht eine lange Geschichte vor dem Februar 2022, die essentiell zur Beurteilung des Konfliktes ist. In seiner Rede dankt Selinsky den Festival-Machern auch herzlich für antirussische Cancel-Culture. Die Botschaft dieses Satzes erscheint ziemlich widersprüchlich, aber das verzauberte Publikum hatte anscheinend selbst mit dieser Forderung nach Ausschluss von Filmschaffenden keine Probleme. Zitat Zitat Ende Musikfestival lädt Selinsky wieder aus. Beim Musikfestival im italienischen Sanremo war ebenfalls ein Auftritt des ukrainischen Präsidenten angekündigt, der musste aber wegen Protestes abgesagt werden. In Sanremo richtete sich der Protest wohl eher prinzipiell gegen eine Politisierung des Festivals und nicht explizit gegen NATO-Propaganda. Dennoch ist der italienische Protest gegen die große Selinsky-Show bemerkenswert und hierzulande nur kaum vorstellbar. Dass sich Teile der deutschen Kulturszene bereits in den letzten Jahren als, wenn es darauf ankommt, angepasst herausgestellt haben, haben wir etwa am Beispiel des Umgangs vieler Kulturschaffende mit der Corona-Politik beschrieben. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.